Die Grafschaft Flandern ist ein historisches Territorium auf dem Gebiet der heutigen Staaten Belgien, Frankreich und der Niederlande. Bis 1477 war die Lehnshoheit geteilt. Der größere Teil gehörte zu Frankreich, der kleinere Teil rechts der Schelde zum Heiligen Römischen Reich. Im Hochmittelalter entwickelte Flandern, getrieben vor allem von seinen Städten Lille, Duet, Uepern, Gent und Brügge, eine unvergleichliche wirtschaftliche Prosperität. Wachstumsfaktoren waren vor allem die Wollindustrie und der Fernhandel. Dies bildete den Hintergrund für eine Blütezeit der gotischen Kunst. In der Schelde-Gothik konnten sich die von Frankreich kommenden gotischen Architekturprinzipien bereits früh durchsetzen. Altertum und Frühmittelalter Flandern war in ältester Zeit von belgischen Stämmen, Morinern, Atrebaten und Menapiern, bewohnt und gehörte nach deren Unterwerfung durch Cäsar zu der römischen Provinz Belgeke Secunda. Nachdem das Land unter die Herrschaft der Franken gekommen war, bildete die Lys ein Nebenfluss der Schelde, die Grenze zwischen Neustrien und Austrasien. Nach der Teilung von Fadon im Jahr 843 kam der nördliche und südwestliche Teil Flanderns, obwohl vorzugsweise niederländisch sprachig, zu Frankreich. Der südöstliche aber, obwohl vorzugsweise pekadesprachig, zum Heiligen Römischen Reich. Geschichte der Grafschaft Der Name Flandern kommt seit dem 7. Jahrhundert vor und umfasste ursprünglich nur das Gebiet von Brügge und Sleis dessen Grafen den Namen Flandern gegen Ende des 9. Jahrhunderts auch über den gesamten Küstenstrich bis nach Bononia, den sie als Markt zur Beschützung gegen die Normanen erhielten, und später auch über einige angrenzende ostfränkische Besitzungen ausdehnten. Der erste jener Markgrafen war Balduini, Eisen nahm ein westfränkischer Ritter aus Laon, der die Tochter Kaiser Karls des Kallen Judit entführte, aber dennoch 862 von ihm jene neu geschaffene Mark als Lehn erhielt und so den Grund zur Größe seines Hauses legte. Er starb 879, der Sohn Balduin Schie, Balduin II, der Kalle, befestigte Brügge, Üpern und St. Thomas gegen die Normanen, dessen Sohn Arnulf I, bestimmte seinen Sohn Balduin III, und nach dessen Tod seinen Enkel Arnulf II, zum mitregenden, des letzteren Sohn Balduini V. Schönbad riss 1006 Valencien, eine Stadt des Heiligen Römischen Reiches an sich, wurde deshalb von Kaiser Heinrich II. bekriegt, erhielt aber durch Vertrag 1007 Valencien, Stadt und Burggrafschaft Gent, Valcheren und die zähländischen Inseln von Kaiser Heinrich II. zu lehen. Sein Sohn Balduin V. der Fromme führte zwischen 1045 und 1056 mehrere Kriege gegen Kaiser Heinrich III., welcher der Machterweiterung der Markgrafen Einhalt gebieten wollte. Balduin behauptete sich jedoch, besiegte die Friesen und vermehrte seine Besitzungen durch Erwerb der zum Herzogtum Niederlothringen gehörigen Gebiete zwischen der Schelde und Dender, Turneis und der Hoheit über das Reichsbistum Combré, dem die Grafschaft Flandern bis zur Gründung des neuen Bistums Arras in kirchlicher Hinsicht unterstellt war. Wegen seiner Rebellion gegen den deutschen Kaiser verlor er aber die Markgrafschaft Valencien 1045, seitdem Teil der Grafschaft Hennegau. Nach seinem Tod erhielt sein jüngerer Sohn Robert I. der Friese die Länder an der Mündung des Rheins und der Wal und die seländischen Inseln, während das französische Lehn an den erstgeborenen Balduin V. I. den Guten fielen. Nach dessen frühen Tod kam es zu längeren Kämpfen um die Erbfolge zwischen Balduin Schwitwiritsch Altgräfen von Hennegau und Robert dem Friesen, die damit endeten, dass Robert Flandern erhielt der Sohn Balduin Schwaui. Balduin sich in den Hennegau zurückzog, während ein Teil von Friesland an Gottfried von Lothringen kam. Robert I., Sohn und Nachfolger Robert II., beteiligte sich am ersten Kreuzzug und führte zahlreiche Kämpfe mit seinem Nachbarn und mit dem Kaiser. Sein Sohn Balduin VII. mit dem Bal, so genannt wegen der Strenge, mit der er Landfriedensbrecher bestrafte, starb 1119 kinderlos und hinterließ das Land seinem Vetter aus dem Haus Estritzen, dem dänischen Prinzen Karl I., dem Guten, dessen Mutter eine Tochter Robert II., ward der jedoch wegen seiner Strenge in Handhabung der Gesetze 1127 zu Brügge ermordet wurde, der nun von den Ständen aufbetreiben Ludwigs V. I., von Frankreich zum Grafen berufene Sohn Roberts von der Normandie Wilhelm Clito aus der Dynastie der Rolloniden, machte sich durch Willkür verhast und verlor im Kampf gegen den von den Ständen berufenden Landgrafen Dietrich von Elsass aus dem Haus Chetneus, einem Sohn Gertrud von Flandern, der Tochter Roberts des Friesen, 1129 dk. Sekundenleben, worauf Dietrich des Elsass seinem jüngeren Bruder Simeon überließ, von Flandern Besitz nahm und einen Krieg gegen Hennigau führte. Er starb 1168. Der Mannesstamm der flauntrischen Grafen aus dem Hause Chetneus erlosch schon mit seinem Sohn Philipp der Famandua gewann. Dagegen später Art war 1180 als Mitgift seiner Nichte Isabella von Hennigau König Philipp August von Frankreich überließ. Philipp I., von Flandern, der sich um die materielle Wohlfahrt von Flandern in Bezug auf Handel und Industrieverdienste erworben hatte, Stab 1191 vor Sankt Gendakry an der Pest, durch die Vermählung seiner Schwester und Erbin Margarete mit Balduin VIII. Von der hennigauischen Linie der alten flauntrischen Grafen wurden Flandern und Hennigau unter dem Hause Flandern wieder vereinigt. Ihr Sohn Balduini X., der Stifter des lateinischen Kaiserreichs zu Konstantinopel, hinterließ 1205 zwei Erbtöchter, von denen die ältere Johanna Flandern die jüngere Margarete, genannt die schwarze, die Grafschaft Hennigau erhielt. Fast das ganze Jahrhundert hindurch dauerten ERB- und Thronstreitigkeiten, in die sich die Könige von Frankreich in eigennütziger Absicht einmischten. Nach Margaretes Tod im Jahr 1279 erhielt ihr Sohn Johann Hennigau der andere Guido von Dampierre Flandern. Letzterer verband sich 1291 mit Adolf von Nassau und mit England gegen Philipp IV, den schönen von Frankreich, doch vermittelte Papst Bonifatius VIII. 1295 den Frieden, König Philipp IV. Von Frankreich fiel jedoch 1297 abermals in Flandern ein, eroberte den größten Teil des Landes, das er als französisches Lehren in Anspruch nahm, und nahm Guido und dessen Sohn Robert gefangen, als Philipp IV, danach durch seinen Stadthalter Jacques de Châtillon die Freiheiten der Flamen unterdrückte. Erhoben sich diese unter dem Vorsteher der Wollweber von Brügge, Peter de Conning, vernichteten die französisch gesinnte Partei der Liliats und besiegten das überlegene französische Herr in der Sporenschlacht bei Courtrieg am 11. Juli 1302. Sie wurden dann zwar am 18. August 1304 bei Monson-Pölle zwischen Lille und Duey geschlagen, erlangten aber gleichwohl einen Frieden, wonach Guido gegen Abtretung einiger Städte nach Flandern zurückkehren sollte. Da derselbe aber schon 1305 starb, folgte ihm sein Sohn Robert, dessen Enkel und Nachfolger Ludwig I., zugleich als Ludwig II., Herr von Nevers und Rätel und somit der mächtigste unter allen Grafen von Flandern, gab 1336 durch seine Härte gegen die nach größerer Freiheit strebhenden reichen und industriellen Städteveranlassung zu dem allgemeinen Bürgeraufstand, den der Kühne-Genter-Brauer Jakob von Artewelde mit englischer Unterstützung leitete. Zugleich wurde der Hass dadurch gesteigert, dass der Graf und der Adel sich an Frankreich, die Städte sich an England anschließen wollten. Aus seinem Land vertrieben suchte Ludwig I. Hilfe bei Frankreich, konnte aber erst nach Arteweldes Tod zurückkehren. Er fiel 1346 in der Schlacht von Cressy, unter seinem leichtsinnigen Sohn Ludwig II., Genannt Ludwig von Mehle, empörten sich die Städte, namentlich Gent und Brügge, die reichsten und mächtigsten von Neuem. Ludwig II., belagerte vergebens Gent, schlug aber 1382 die Genter bei Rosebeke, wo auch deren Führer Philipp von Artewelde, der Sohn Jakobs, fiel. Mit englischer Hilfe trugen jedoch die Städter bei Dünkelchen einen Sieg über Ludwig II., davon. Schließlich vermittelte Frankreich 1384 die Unterzeichnung eines Friedensvertrages. Ludwig II., starb 1384 als der letzte Graf von Flandern aus dem Haus Dampierre. Durch die Vermählung seiner Erbtochter Margarete mit Philipp dem Kühnen aus dem Haus Burgund wurde das Land 1385 mit Burgund vereinigt und teilte. Seitdem die Schicksale dieses Reichs, als nach dem Tod Karls des Kühnen von Burgund dessen Länder 1477 durch die Ehe seiner Erbtochter Maria von Burgund mit Maximilian von Habsburg an das Haus Habsburg fielen, suchte die französische Krone vergeblich ihre alte Lehnshoheit über Flandern im burgundischer Erbfolgekrieg wieder geltend zu machen. Im Frieden von Madrid 1526 musste Frankreich auf seine Oberlehnshoheit über Flandern verzichten. Bei der Kreiseinteilung des Deutschen Reiches von 1548 wurde Flandern fortan dem burgundischen Kreis zugeordnet. Nachdem dieser dann jedoch an König Philipp II. und damit an die spanische Linie des Hauses Habsburg gekommen war erlitt er bedeutende Schmählerungen. Die Generalstaaten behaupteten im westfälischen Frieden 1648 Dekasekunden sogenannte holländisch Flandern, wogegen Ludwig XIV. von Frankreich durch den Pyrenäen Frieden den 1. Aachener, den Nimmwegner und den Utrechter Frieden beträchtliche Teile von Flandern gewinnen konnte. Gemäß dem Utrechter und dem Rastatter Friedensschluss fielen die Reste der spanischen Niederlande wieder an das Haus Habsburg, diesmal in seiner österreichischen Linie. Neuere Geschichte 1795 wurde ganz Flandern wie die übrigen österreichischen Niederlande der Französischen Republik und später dem Napoleonischen Kaiserreich einverleibt und bildete die Departements Lies, Esko und Nord. Der Wiener Kongress teilte die beiden Provinzen Lies und Esko 1815 dem neu gebildeten Königreich der Niederlande zu. Nach der Belgischen Revolution von 1830 kamen Ost- und Westfländern an das neu konstituierte Königreich Belgien. Im Ersten Weltkrieg 1914 zu 1918 verlief die deutsch-französisch-britische Front quer durch Flandern. Heute gehören beide Provinzen zur belgischen Region Flandern die französisch gewordenen Teile zur Region Nord-Pas de Calais. Siehe auch Liste der Grafen von Flandern 17 Provinzen 18. 13. 15. 16. 17. 20. 20. 21. 22. Untertitelung des ZDF, 2020